Hallo, mein Name ist Alexander Schindler. Ich erlerne den Beruf des Baugeräteführers bei Leonhard Weiss. In meiner Ausbildung werde ich auf unterschiedlichsten Baustellen eingesetzt. Daher ist dieser Beruf sehr abwechslungsreich. Große Maschinen haben mich schon immer fasziniert. Durch meine Arbeit erlebe ich die ganze Baustelle in ihrem Ablauf. Ich muss mehrere Maschinen beherrschen, die jeweils spezielle Anforderungen an mich stellen. Dies reicht von der kleinen Rüttelplatte über Raupen und Gräter bis zum gewaltigen 90-Tonnen-Bagger. Meine Arbeit beginnt mit der Inbetriebnahme, damit die Stände von Kühlflüssigkeit, Hydraulik und Motorenöl und der Tankverrat stimmen. Ich muss immer wieder selbstständig Entscheidungen treffen, damit das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zum richtigen Einsatz kommt. Dies sind zum Beispiel Schaufeln in unterschiedlicher Größe, Meisel oder auch Abbruchzangen. Mein bewusster Umgang mit der Technik mindert den Verschleiß. Ich trage für meine Kollegen Verantwortung. Damit es zu keinen Gefährdungen kommt, muss ich immer durch sorgfältige Rundumsicht erfassen, was sich um meine Maschine herum abspielt. Das Arbeiten nach Maß erfordert ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Neben herkömmlichen Messgeräten kommt auch GPS zum Einsatz. Dies ermöglicht dreidimensionales Ausheben. Auch über große Distanzen hinweg arbeiten wir im Team zentimetergenau. Am Ende des Arbeitstages ist es ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man viel bewegt hat und die Baustelle dadurch gut läuft. Ich freue mich über die gute Arbeit im Team, die das Ganze erst möglich macht. Bis zum nächsten Mal.